Wir gucken, dass wir zusammen im gleichen Rhythmus sind. Wenn ich sage, ich fliege, 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 fliege. Und wieder langsam fliege. Okay, ich glaube, hier hat jeder verstanden. Bleiben wir in diesem Ausfallschritt. Nehmen wir jetzt die Arme und Seine nicht gestreckt davor. Die Daumen zeichnen aus. Wir müssen jetzt so zeichnen können. Jetzt geben wir nur die Unterarme. Gehen so. Ja? Anprobieren wir auch. Da sehe ich keinen Durchkreuz zu machen. Das ist die Ich-bin-so-stark-Übung. Gut. Wir können auch wieder den Rhythmus probieren. Ich bin so stark, stark, stark. Wir operieren mit einem Arm. Stark, stark. Das ist die飛